Guten Tag und herzlich Willkommen zurück zu Shining Force. Wir sind in der Abtei und kämpfen jetzt gegen Untote. Und mit dabei ist wieder unser lieber, guter... Captain Hammer! Hey! Du sagst Guten Tag, ich sag jetzt mal nie, was wir grad für die Uhrzeit haben. Nein, nein, es ist nicht Nacht oder so. Wir sind auch nicht irgendwie verrückte Let's Player und... Nein, 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 nein. Wir wollten uns nur dieser Zombie-Stimmung ein bisschen anpassen. Ja, genau. Auf jeden Fall. So, also wir haben ja, wie du schon gesagt hast, und wie wir ja festgestellt haben, da alles voller Zombies. Genau, die ganzen Gräber wurden ja auch ausgehoben. Nicht so schön. Ja, Max... Max... Max bleibt ja erstmal stehen. Dann muss ich was einfach ausleiten. Ja, naja... Ich hab übrigens gehört, dass ich mal ein bisschen leveln sollte. Eigentlich sollten die Charaktere zu diesem Zeitpunkt schon promotet sein. Also... Hab ich so gelesen. Wir sind also gnadenlos unterlevelt. Oh ja, das frag ich mir. Es gibt ja keine Zufallskämpfe wie bei einem Final Fantasy oder so. Wie soll man sagen, groß leveln? Du levelst, indem du aus den Kämpfen flüchtest. So? Also du machst die Kämpfe und dann sagst du, bevor du den letzten Gegner besiegst, sagst du hier, benutzt du bei Max, der hat einen sogenannten Egress-Spell. Den benutzt du und dann kannst du fliehen. Hilfe! Nee, stirbt gerade. Eieieiei... Gut... Einmal ein bisschen hier... Ähm... Wahrscheinlich ist das hier am effektivsten. Aber so ist es... Also über den Tisch dahin weg einfach eine Markiezhaube. Über die Bank hier. Aber du musst es mal so sehen, wenn du angeblich Gnanus unterlevelt bist und hast dich trotzdem so weit durchgekämpft, Respekt. Jaja, das passt mit so ein bisschen Planung hier. Ich glaube aber, Manny ist jetzt tot, wo wir gerade von Planung sprachen. Au, au, aua. Wir haben ein Problem. Wenn die jetzt auf Max gehen, dann haben wir definitiv ein... Oh, au, wir haben ein Problem. Ich hätte mit Max nach vorne gehen sollen. Ähm, ja. Hallo, Geldober. Wir steigen mal kurz in unseren Delorean. Ah, nein, nein, und der Magier ist tot und die andere Magierin ist wahrscheinlich auch tot, wenn ich... Ach, scheiße. Ja, ich glaube, das müssen wir nochmal starten. Aber wenn ja nicht der erste Game Over Screen, nicht wahr? Also... Also, das ist eine Überlegung. Gab es schon einen? Ja, ja, es gab definitiv. Gab es schon einen. Wir müssen aber schon eine ganze Weile her sein. Ja, ja, das ist schon eine Weile her. Das ist die Sumo nicht, ne? Ich mach mal hier. Den kriegt Gott hoffentlich platt. Jo, das hat gepasst. So. Ja, beim ersten Kampf, glaube ich, direkt war ich den Gegnern unterlegen. Das ist wirklich schon sehr lange her. Da darf man auch mal wieder Game Over gehen, nicht wahr? Ja. Da gab es ja bei Sega Rallye so einen tollen Game Over-Jingle. Game Over, yeah! Das habe ich dann in Mafia eingefaut. Jedes Mal, wenn ich in Mafia draufhehe, dann mache ich irgendeine Videosequenz rein oder irgendein Sound oder so. Und den Todeszähler. Wenn ich selber meine Reise, ob die gestorben sind. Ach, nein! Ja. Ja, das muss ich mir da mal angucken. Ja, mit, mit, äh, mit, mit Max kann ich... Also, der hat jetzt, der hat jetzt was vor sich. Ich habe Angst. Kann ich, kann ich den Equest-Spell... Wir benutzen jetzt mal den Equest-Spell, ja? Wie ist das jetzt? Wie bitte? Das wär's doch jetzt. Anfang noch drüber geredet und jetzt benutzen. Ja. Mal gucken, was funktioniert. So, zack. Damit habe ich euch effektiv gezeigt, ähm, was dieser Equest-Spell ist. So, und er hat uns erwartet und wir machen jetzt mal eben, beleben die Charaktere schnell wieder. Das war natürlich alles jetzt geplant, so wie... Jaja, um euch mal zu zeigen, wie denn der Equest-Spell funktioniert. Genau. Ja, peinlich, peinlich. Wenn ihr das jetzt nicht gesagt hättet, hätten wir uns alle geglaubt. Ähm, ja. Gut, klar. Gut, ähm, dieser Kampf eignet sich aber augenscheinlich nicht, um da zu leveln. Da sind die Gegner ein bisschen sehr stark. Ich muss mal gucken, wo wir denn irgendwann mal leveln können. Naja, da ist die Frage, ob es da jetzt irgendwie noch andere Kämpfe gibt, wo man leveln kann. Ah, das weiß ich gar nicht. So. So. It's a trap. Again. Ha! Und Max kommt als erstes dran diesmal und ist zurück zu Shining Force. Das finde ich doch gut. So, diesmal machen wir den Fehler nicht. Diesmal, äh. Machen wir ein paar andere. Machen wir andere, ja genau. So. Wenn alle doch nur so stark wären wie Gord. Und Gord ist sogar aufgestiegen. Der ist level 8. Ja. Ah, level, level 1. Das will ich jetzt nicht genau. So. Hast du inzwischen einen Lieblingscharakter? Ich mag schon den Gord ganz gerne. Und auch hier, äh, den Ken. Außerdem, weil ich irgendwie so berittene Einheiten auch bei Fire Emblemen immer ganz cool fand. Stimmt. Der, ähm. Den Ken mag ich auch gerne, aber den Ken mag ich ganz gerne, weil der so lustig aussieht. Der guckt immer so, so happy. So. Hat so ein breites Grinsen immer auf dem Gesicht. Das finde ich ganz sympathisch. Ach so. So. Der geht natürlich auf Max. Das ist aber in Ordnung. Bisschen, das kann Max ja auch ab. Ja. Sollte auch können, als er zählt, das Spiel ist. Jaja, da muss auch, also der ist, äh, ist ja auch sehr wichtig, dass der überhaupt was ab kann, weil später wird das nicht einfacher. Und, äh, beim Endgegner ist es dann mal noch wichtiger, dass Max gut gelevelt ist. Also beim letzten Endgegner. Um mal ein wenig vorwegzunehmen. Ja. Oh Gott. Da kommt aber echt noch einiges. Ja. Ja. Vor allem von allen Seiten umstellt, ey. Uiuiui. So. Nein. Da schießt der gute Ken. Wir haben ihn gelobt, das hat er nicht vertragen, weißt du? Macht er einen auf Hans. Ja. Macht er einen auf Hans in der Tat. So, ich, äh... Ja, okay. Das war ja nicht wirklich was von Arthur. Nee. Also das ist in der Tat nicht so viel, was da rüberkommt. Bleibt da alle stehen. Wie ist das da? So. Ja. Ich hau mal mit Christo und meinen. Okay, Chefs. Naja, aber ich mein, weniger Schaden als Arthur kann sie bestimmt nicht machen. Also, ja, okay, das stimmt. Hier lohnt sich doch mal in Blaze 2. 11 Fahrtscheidenskontrolle. Und schon mal geschlecht. Äh, Daddy, äh, ja. Sehr gut. 22 direkt getötet. Jawoll. Yes. Ein Schlafspell haben wir gelernt. Juhu. Ein Einschlafspell. Damit können wir jetzt die Gegner zum Einschlafen bringen. Komm, Max. Äh, Hans mein ich. Süß. Oh, da haben wir ihn zwei. Immerhin mehr als Arthur. Er hat man nicht an dem geschossen. Ah, was. So. Den machen wir platt hier. Nein. Oh, Max ey. Wird als Held degradiert. Na gut. Heilen wir ihn mal. Er hat so nichts geleistet, aber wird trotzdem geheil. Gib dir Erfahrungspunkte für den guten Gong. Ja, bestimmt. So. Sieht zu hier. Gort ist dran, wen erdicht Gort mal. Das wird ein bisschen zu rappig. Aber immerhin, sieben Punkte ist jetzt nicht schlecht. Und dafür kriegt er direkt die Retourkutsche. Mehl könnte eigentlich mal probieren, diesen Zombie hier zu clean. Mal gucken. Ja! Immerhin, einer weniger auf der Liste. Oh, er ist Level 6. So. Ah, der hat ein bisschen wenig Lebensenergie, sehe ich. Wie viel hat das da? Na gut. Ich musste da drin sein. Nein! Hier. Oh Mann, Mann, Mann. Die sagts auch noch. Ja, und wieder auf Max. Das war klar. Du meine Güte. Sieben Punkte. Das ist jetzt nicht wenig gewesen. Eieieiei. Und vier Punkte. Ich will nicht sagen, aber das ist fast knapp. Fast, ja. Fast. Hier, Arthur. Mach den Platz. Oh je. Juhu. Level up, juhu. Ich kann ja vielleicht zwei Schadenspunkte machen. Einer. Der lernt noch irgendwann halt Magie, ne? Und dann ist er ganz... Ah, scheiße! Ah. Dann ist er ganz brauchbar. Ja, Ken. Ken steht da eigentlich wenig effektiv. Nehmen wir mal den. Zwei Punkte, okay. Ach nein! Ja, ich hätte natürlich jetzt auch die Stelle freilassen können. Um Max dann heilen zu können, naja. Oh je. Oh je. Ja. Egal. So. Wir gehen mal hier mit ihr nach vorne. Wow. Nicht schlecht, oder? Mhm, das haut ordentlich rein. Max geht nach hinten. Feiger Hund. Wie bitte? Feiger Hund. Boah! Ja, mehr nimmt den Platz ein. So kann man hier beweisen, dass sie was wert ist. Die steht nämlich auf der Austauschliste bei mir. An zweiter Stelle. Ja, und da hat sie sich noch mit gefestigt. Ja, ich fürchte auch. Wer steht denn an erster Stelle bei der Austauschliste? Chris. Ach, Chris. Weil drei Heiler sind, finde ich, zu viel. Du kannst auch immer deine Charaktere mit diesen ganzen Heilungs-Items ausrüsten. Dann kann jeder heilen. Die Heiler machen nicht wirklich viel Schaden. Okay, die können heilen. Aber, nun gut. Da behalte ich Low und Gong. Bitte überlebe das. Bitte überlebe! Nein! Nein! Da ist sie hin, unsere Lagierin. Erst haben wir kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. Ja, aber ist nicht so schlimm. Also sieht schon sehr gut aus, finde ich. Das macht nichts. Ebenso ist nur 4 oder 5 Uhr oder so, ne? Jo, jo, das packen wir. Würde ich jetzt mal einfach so anhündigen. Sooo. Ah, die Mäher hat eine ziemlich gute Verteidigung, fällt mir mal gerade so auf. Zwei Punkte Schaden. Ganz nett. So, Ken. Jetzt bitte. Zwei Punkte. Yes! Ja, sehr schön. Ken hat unglaublich viele HP. Ich hau mal mit ihm drauf. In der Hoffnung, dass ein Highlight ist. Was für den da dran kommt, damit man Gott heilen kann. Ja, die würde ich gleich sagen. Sehr langsamere ist notwendig. Die kann zaubern auf den Zombie. Mal gucken, was der zu Eis sagt? Zu Feuer meine ich natürlich. Äh Feuer! Leider Eis nicht. Was soll der zum Zombie sagen und so üüüüüüüüüüüü? Tut alles weh! Also bei Resident Evil hat sich noch nie ein Zombie-Bögen verschwert. Ja, das stimmt, das stimmt, in der Tat. So, wie wir es geplant haben, würde ich mal sagen, ne? Also wie wir alles geplant haben in dieser Folge, auch diesen Egress Spell mal gezeigt, den Egress Spell auch mal gezeigt, ne? Du meinst, das passt schon. Passt schon, ne? Passiert hier immer. So. Oh nein, jetzt ist sie auch noch vergiftet. Das ist nicht gut. Jetzt komm ich mit Chris noch nicht mal ran. Na gut. Ach Mist. Na ja. So, dafür kann Max wieder nach vorne. Aber er trifft diesmal. Oh nein, ey. Schon wieder ausgewichen. Das kann ja noch nicht... Das darf ja wohl nicht wahr sein. Darf das nicht. Hans kommt irgendwie ran. Mehr sollte mal nach hinten gehen. So Schadenspunkte, die macht es auch nicht mehr lange. Wie bitte? So ein Schadenspunkt, die muss dann auch nicht mehr lange. Nee, nee, also die muss auch geheilt werden, genau. So, aber da probiere ich mit den Heilern ranzukommen. So, der sollte jetzt tot sein. Ja. Noch mal tot. Noch mal tot und diesmal hoffentlich endgültig. Ja, na ja. So. Sehr gut. Ja, freeze. Jetzt können wir freeze. Das ist doch schön, nicht wahr? Auf einmal doch. Neue Magie ist immer super. So, und jetzt feiern wir auch die gute Mail. Tada. Alles wieder in Butter. Schade, dass Tau nicht mehr lebt, aber ansonsten... Alles ist gut. Schade, dass Tau nicht mehr lebt. Ach ja. Ach ja. Jawoll, ein Schadenspunkt. Hey! Ach so, yes! Aber ich glaube, wir haben es gleich, oder? Ja, der Innere oben. Sieht da auch ein bisschen anders aus. Er hat eine grüne Kutte an. Sondern dass der stärker ist. Ist das nicht einfach... Ja? War das nicht... Weiß nicht mehr. Aber wir werden sehen. Ist das vielleicht einer, der Magie kann, oder so? Ich weiß nicht. Das ist ein Ghoul. Ja, du hast recht. Das ist ein anderer. Ein anderer. Mal gucken. Obwohl... Vielleicht gefährlich. Ach, warum? Ich weiß nicht. Genau. Schick mal mehr nach vorne. Dies ist schon verlüftet. Ich lass Ken das mal ausprobieren hier. Von der Ferne. Also... 25 Punkte hat der. Ja. Okay. Aber Magie hat er schon mal nicht. Was ja echt sehr beruhigend ist. Ich mach mal hier... Freeze. Gucken, wie er darauf reagiert. Oh, da flimmert der ganz wild Schirm. Vier Punkte Schaden. Nicht so effektiv. Und... Gott. Oh Gott. Die müssen jetzt aber weghacken da. Oh. Die müssen mal alle ein bisschen mehr Zielwasser trinken hier. Oh, wollte ich grad sagen, ey. Die haben seit diesem Mal echt gar nicht drauf, die uns. Mädels. Das kann doch nicht. Ey. Jetzt schick mal Hans nach vorne. Der haut den jetzt um da. Hans auch. Ja, geil. Komm. Gib ihm. Ah. Fünf Punkte Schaden. Zehn Punkte Schaden. Alter Schwede. Ich hab's auch zweimal zugeschlagen. Das gibt's doch nicht. Gut, dass wir mit Max da nicht hingegangen sind, sag ich nur. Ja. Er hat keine WP mehr. Nein. Damit ist er sowieso so ziemlich nutzlos und deswegen schlagen wir mit ihm drauf. Wunderbar. Jetzt kann er auch Opfer sein. Opfer. Ach. Das fiegt vielleicht eh wieder aus. Komm, wir sind immer Opfer. Ach. Ach. So. Guck, ob er in dieser Runde irgendwer trifft. Ja. Sieben Punkte direkt. Sehr schön. Wenn Gord noch mal dran ist, dann könnte der den dann nur holen wahrscheinlich. Ja, wenn er dann trifft, ne? Wenn er dann trifft. Vier Punkte macht sogar Hans. Maraboyer. Komm Gott. Gogo. Yes. Jawoll. Aber passt genau. Mit Ankündigung sogar. Und mit Levelaufstieg. Also könnte es einen schöneren Sieg geben. Vermutlich nicht. Ha. Dann schlägt doch alles wie geplant in diesem Video hier. Ja. In der Tat. So, wir müssen uns noch eben durchlesen, was Barbaroy sagt, der vorher da versteinert oben war. Äh. Ich bin Barbaroy. Ich wurde von Darksuld in den Stein verwandelt, als er die Körper der Toten an sich nahm. Ja, und er schließt sich uns an. Hooray. Balboa schließt sich der Shining Force an. Balboa. Rocky. I will join you to fight Dark Souls evil. Ja. Also er ist jetzt natürlich stinkig. Und ja, was für ein Frevel. Also Dark Souls schreckt vor nichts zurück, liebe Leute. Sogar die Gräber wurden hier ausgehoben. Die Ruhe der Toten wurde gestört. Es ist wirklich, es wird immer schlimmer. Und hier ist Barbaroys Frau Amon. Danke, dass ihr Barbaroy gerettet habt. Ich möchte mit euch gehen. Bitte. Ich will auch das Böse bekämpfen. Und sie... Sie tritt uns auch bei der Shining Force. Damit haben wir jetzt einen Charakter zu viel und wir schmeißen einen Charakter raus. Und ihr wisst, wer das ist. Hehehe. Um Uran Bartol zu erreichen, müsst ihr nach Bustoke gehen. Und wir werden euch dorthin führen. Ich werde eure Freunde hinzustoßen zu euren Freunden. Max und die Shining Force wandern nach Bustoke. Was wartet dort auf sie? Die Legende der Alten ist noch immer ein Mysterium. Werden sie sie jemals lösen? Wir haben Level 2 beendet. Äh, Kapitel 2. Ja, genau. Der Sprit des Heiligen Geistes. So ungefähr. Gespeicherler. Gespeicherler. Und das nächste Kapitel heißt, die geheime Waffe von Runfaust. Und ich hasse dieses Kapitel, weil ich weiß, was die geheime Waffe von Runfaust ist. Und das ist schrecklich. Duke Nukem? Ah, nein. Oh Gott. Der bleibt diesem Spiel erspart. Hehehe. So, ja. Wir werden uns mit diesem Text auseinandersetzen in der nächsten Folge. Diese hier ist schon lang genug, würde ich mal behaupten. Ja, und schön, dass ihr dabei wart. Und danke an den Käpt'n. Natürlich. Tschüss. Tschüss. Tschüss.